Hallo Leute, heute spielen wir Bad Wars auf dem Zootoxian-Server. Ja, und wir fangen auch gleich an, würde ich sagen. Und holen uns erstmal die ganzen Sachen. Erstmal nochmal in die Grafikeinstellungen. Und das Spielprinzip ist hier anders als auf dem Gommel-Server. Und zwar gibt es einbranstet drei Materialien und dies wird unten in der Anzeige angezeigt. Unten in der XP-Leiste angezeigt, genau. Und ja, danke, dass du den Wegklammer für mich brauchst, damit ich die ganzen Materialien bekomme. So. So. Und ja, der Mate baut sich das gerade rüber und ja, Gold gibt glaube ich 50. Und ja. So, jetzt schauen wir mal. Okay, könnten wir uns mal essen. Genau. So. Und genau, teammate. Richtig so, immer in die Mitte. So. Oha. Okay. Los. Wir müssen die Ersten sein. Schneller. Oh. Naja. Nee. Ist egal. Okay. Okay. Ja, ich krieg die ganzen Materialien. Oh, 571. Nein. Schnell. Schnell töten. Töten, 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 töten. Oh nein, ich bin tot. Naja. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Materialien behalten. Und jetzt rüsten wir uns gleich mal wieder aus. Und ups. Und müssen aufpassen, dass die nicht in unser Bett abbauen. Und rüber kommen. So. Und jetzt zeige ich mir nochmal Blöcke. Zack. Und essen. Ups. Essen. So. Und rüber. Attacke. So. So. So, wir kämpfen jetzt nochmal gegen ihn hier. So. Dann haben wir gekillt. Nein. Ah. Geh weg. So, wenn wir jetzt nach Hause kommen, ist das gut. Oh. Huh. Das Team sehen wir dann. Okay. Wir sind. Alles klar. So. Jetzt kann ich mir dann meinen Bogen kaufen. Und der Bogen hat auch keine Unendlichkeit. Der Bogen, äh, die Pfeile muss man extra kaufen. So. Und. Unser Teammate. So. Genau. Und wir laufen jetzt mal nochmal in die Mitte. Auch wenn wir jetzt nicht gerade. Macht denn der da. Hey. Na. So. Den krieg ich mal. Hacker. Hacker, 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 hacker. Schau dir das mal an, wie dreist. Naja. Soll er das andere Team halt zu hacken, wenn er will? Oh, so dreist. Oh, so dreist. Richtig so. Oh, nein, ich treffe nichts. Nicht richtig so. Wah. Unser Maid hat sich hier ein bisschen Sachen geholt. So, und ich hole mir jetzt auch gleich nochmal was. Oh nein, sie bringen 40. Also das Gold halt. So, und ich geh jetzt auch gleich wieder hoch. Mal schauen. Nicht, dass jemand in der Mitte ist und mich gleich tötet. Geh mal lieber etwas zurück. Oh, da ist wieder der Hacker. Ja, und Leute, den Hacker, den zerlegen wir jetzt am besten. Nachdem wir den hier runtergeschossen haben. Oh, was war das? So, Luis. Du, Moschatz, leider. Oh, der hat auch noch No Knock Back. Cool, Leute, wir sind low. Nein, die Sachen holen wir uns noch. Das Bett von Team Grün wurde zerstört. So, Leute. Und, Leute, ah, schnell zurück. Wir sind, wir haben viele Materialien. Ja, und wenn man jemanden killt, bekommt man die Hälfte oder ein bisschen. Das von seinen Materialien. Ja, und wir müssen versuchen, dass wir dieses Team ausschalten. So, ich kaufe mir jetzt mal Magnetschuhe. Mit diesen hat man so 50% kein Knock Back. Also kein Rückstoß halt. So, dann kaufen wir noch das hier. So, und jetzt am besten noch die... Nein, können wir uns nicht leisten. So, dann haben wir noch ein paar Pfeile. Okay, das Bett von Team Blau. Und wir gehen, Leute, wir gehen gleich wieder in die Mitte. So, drei und... Oh, nein. Okay, Leute, wir müssen verhindern, dass der Schlawiner hier... Man hackt hier irgendwie jeder auf den Server. Ah. Ich muss mal schon unserem Mate helfen. Ja, so, der ist unten. Jetzt killen wir mal den hier. Zack. Boah, knapp. Oh, nein. Keine gute Idee. Leute, am besten ganz schnell zurück. Puh. Sehr knapp. So viele Materialien. 800. Leute, schnell zurück. Oder, nein, nicht zurück. Müssen wir jetzt Team Gelb abhalten, dass sie... Nein. Oh. So, Leute. Dann schießen wir den mal runter. Oh, nee, doch nicht. Ja. Und man gehen einem halt auch die Pfeile aus. So. Ich hatte jetzt gerade viele Materialien. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal zurückgehen. Nein. Oh, Mist. Oh, erschreck mich mal nicht so. Ah. Hey, was macht der denn? Nicht den Goldapfel essen. So, ich habe immer noch 545 Materialien. Ich sollte mal zurückgehen. Leute, ich gehe jetzt mal zurück. Ah. Schnell zurück. Huh. Nein. Was mache ich da? Ah. Leute. Wir müssen unsere Materialien sichern. So. Okay. Da oben ist ein schönes Bett. So. Wir kaufen uns jetzt am besten mal zwei goldene Äpfel. Essen. Blöcke. Oh. Schreck mich nicht so. So. Und. Noch. Was kann man denn sonst noch kaufen? In der Perle haben wir nicht genug Geld. Aber wir können uns einen Bogen kaufen. Oh nein. Ich will den mit Schlag und Stärke. Hm. Am besten. Ich gehe wieder in die Mitte. Und ich muss verhindern, dass der sich Gold sichert. Also, dass er Gold hat. Ausgeschieden. Alles klar. Leute. Wir müssen unseren Bogen runterschießen. Okay. Der hat sowieso nichts. Okay. Jetzt haben wir. Oh. Der hat ja richtig viele Materialien. So. Leute. Wir holen uns das jetzt mal. Und dann auf. Nach Hause. Ganz schnell. So. Bevor jemand anders kommt. Killt uns und uns tötet. So. Und dann holen wir uns jetzt am besten. Oh. Schade. Holen wir uns jetzt am besten den stärksten Bogen. Ups. Nicht runterlaufen. So. Bester Bogen. Gekauft. So. Okay. Den treffe ich nicht. Pfeile haben wir nur noch 16. Müssen wir mal wieder ein paar kaufen. So. Gekauft. Und jetzt da. Schwert. Was habe ich für ein Schwert? Ach. So. Und jetzt da schauen wir mal, ob das noch für einen Trank ausreicht. Nein. Leider nicht. Aber wir können uns vielleicht hier die Materialien sichern. Und jetzt reicht es auch für einen Trank aus. Okay. So. Dann holen wir uns jetzt mal schnell den, äh, diesen Trank hier. Damit wir nicht so leicht getötet werden können. Wenn wir die Regeneration haben. Oh nein. Er hat einen Bogen. Wie ist er? Ah. Puh. Leute. Den müssen wir runterhauen. Ah. Gut, dass der uns Pfeile gibt. So. Wir holen uns mal nochmal die Materialien hier. Und dann holen wir uns vielleicht eine Rettungsplattform. Kann ich ihm vielleicht helfen, unserem Maid hier? Oh, wo ist er denn? Ah, ich sehe ihn gar nicht mehr. Das blaue Team ist ausgeschieden. Nur noch wir gegen den einen und dem Hacker. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Ähm. Spezial-Items. Mobiler Villager. Rettungsplattform. Wir können uns keine Rettungsplattform kaufen. Natürlich, er zeigt auf den nächsten Gegner aus dem Spielen. Hm. Leute, was kaufen wir uns einfach mal? So. Warum treffen wir den nicht? Was ist denn da los, Leute? Kann ich das jetzt irgendwie zünden? So. Braucht er irgendeinen Zünder? Ich weiß es nicht. Ah. Ich werde mal schauen. Im Shop. Und dann erstmal die ganzen Materialien holen. So. Und jetzt dann. Ich könnte eigentlich auch auf eine Enderperle sparen. So. Äh. Wo habe ich denn den... Ah. Zünder. Okay. Das sollte eigentlich alles erklären. So. Zack. Zack. Das werfen wir raus. Das behalten wir. Okay. Ist egal. Zack. Puff. Lustig. Okay. Ähm. Wir wollen jetzt... Kriegt denn wieder den Zünder? Macht der halt jetzt für immer, oder? Okay. Ich wollte aber eine Plattform. Eine Rettungsplattform. So spare ich nochmal schnell auf etwas. Oh. Der war zu hoch. Ja. Okay. Das war unser Kill. Ja. Ich glaube, jetzt können wir es uns leisten. Weil wir ja jemanden gekillt haben. Sehr viele Punkte hat. So. Zack. Das ist weg vom Team-Gilb wurde zerstört. Das gefällt uns doch. Leute, wo ist er? Oh. Was ist da los? Bitte. Wo ist der Schlingel? Ist er tot? Ja. Oh nein. Wo ist er denn? Da ist er. Leute, ihm nach. Ja. Nein. Hui. Oh. Was? Zack. So. Wo komme ich jetzt wieder hoch? Nein. Mist. Wenigstens falle ich, wenn mich jemand runter schießt. Die Plattform. Puh. Oder auch nicht. Und ich habe auch keine Plattform mehr. Ah. Oh. Ich habe es überlebt. Puh. So. Zwei gegen zwei. Puh. Naja. Ich kaufe mir jetzt eine Plattform. Oder eine Interpell. Ne. Ein Stärketrank. Leute. Ich kaufe mir jetzt einen Stärketrank. Zack. Und ein Regenerationstrank. So. Und Leute. Jetzt machen wir sie fertig. Oh nein. Oh. Er ist ein Hacker. Oh. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh nein. Leute. Es wird knapp. Wo ist der andere? Wo ist der letzte? Ich muss mir einen Tracker kaufen. Einen Tracker. Oder ein. Wo ist er? Wo ist er? Er ist in der Mitte, oder? Puh. Aber das kann spannend werden. Eins gegen eins. Jo. Okay. Leute. Kein Zweifel. Er ist da. Oh ne. Hier ist er. Und. Leute. GG. Ich habe noch den Stärketrank. Intus. So. Puh. Das war mal ein gutes Spiel. So. Na Leute. So. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und. Ciao. Ciao.